Polizei, Großeinsatz in Berlin. Die Beamten stellen mehrere Männer, die an einer Schießerei auf dem Gelände eines Baumarktes im Stadtteil Reineckendorf beteiligt gewesen sein sollen. Dabei wurden mindestens drei Menschen verletzt. Auf dem Parkplatz hier kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein Mann mit mehreren Messerstichen im Oberkörper verletzt. Ein anderer soll mehrere Schussverletzungen aufweisen. Und ein weiterer hat sich anscheinend etwas gebrochen, wie es dazu kam, dass das noch Bestandteil der Ermittlungen. Medienberichten zufolge ging es um eine Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern verschiedener Großfamilien. Mehr als 60 Beamte waren im Einsatz. Die Polizei spricht von einem hohen Gewalt- und Aggressionspotenzial. Es ging aber gezielt gegen bestimmte Personen oder eine bestimmte Person zumindest hier, sodass wir nicht davon ausgehen, dass von dem Täter oder den Tätern darüber hinaus noch weitere Gefahren ausgehen. Ein Mann wurde festgenommen und kam in Polizeigewahrsam. Zwei seiner Begleiter werden als Zeugen behandelt. Die Verletzten werden in Berliner Krankenhäusern behandelt. Mehrere weitere Menschen erlitten einen Schock und werden ebenfalls medizinisch betreut.